Hallihallo und Hallöle, Willkommen bei mir im Kanal bei Chimmy Zockt. Heute mal ein kleines Guide Video zur Installation von Frostborn. Da hatte ich ja bei mir im Discord einen Link gepostet gehabt zu APK Pure, wo man sich die Installationsdatei, die APK Datei runterladen und installieren kann auf dem Handy bzw. auf dem Emulator. Hat allerdings das Problem, wenn es für das Spiel ein Update gibt, können wir das Spiel nicht über den Play Store aktualisieren, müssen dann warten bis eine neue APK Datei auf APK Pure oder anderen Webseiten im Internet verfügbar ist. Das Ganze kann man umgehen, das Ganze kann man ganz normal über den Play Store laden, allerdings bedarf es dazu eines kleinen Tricks. Wir müssen einen kanadischen Google Play Account haben. Ich bin jetzt hier gerade eingeloggt mit einem normalen, meinem Account. Hier sieht man schon nochmal eine Suche, habe ich nach Frostborn gesucht, finde ich aber nichts. Last Day on Earth, Grimsoll, bla bla bla, die ganzen Spiele finden wir. Frostborn finden wir bei uns im europäischen oder deutschen Play Store aber nicht. Dazu müssen wir uns quasi einen amerikanischen bzw. kanadischen Google Play Account erstellen. Wie machen wir das Ganze? Wir laden uns eine VPN App aufs Handy oder auf den Emulator. Ich habe mich für Turbo VPN entschieden. Welchen man da nimmt, ist total egal. Es gibt noch Tunnel, Bier und weiß ich wie sie alle heißen. Einfach im Play Store mal VPN in die Suche reinhacken. Da werden verschiedene angezeigt. Ich habe mich wie gesagt für diesen Turbo VPN entschieden. Kostet nichts. Man muss sich nur wieder ein bisschen Werbung anschauen. Darüber finanziert sich das Ganze dann. Und man kann mit dieser App auch definitiv einen Tunnel nach Kanada herstellen. Was dann zur Folge hat, dass unser Handy glaubt, wir seien in Kanada. Ich dachte das Ganze mal. Hier Turbo VPN sieht dann so oder ungefähr so aus. Dauert ein bisschen bis es lädt. So, jetzt können wir hier drücken zum Connecten. Aber vorher, hier oben rechts auf die Weltkugel einmal drauf klicken. Weil wir müssen ja erstmal aussuchen, wohin wir uns verbinden wollen. Dies was man auf der ersten Seite sieht, das sind VIPs. Das sind Very Important Person Server. Das ist kostenpflichtig. Das wollen wir nicht. Uns reicht es, wenn wir auf die Free Locations gehen. Weil da ist Kanada auch mit dabei. Wählen wir einmal Kanada aus. Dann verbindet er sich nach Kanada. Da besteht also irgendwo ein Server rum, wo wir uns jetzt kostenlos drauf verbinden können. Jetzt steht ja auch Now You Can. Erstmal Werbung. Okay, das meint sich halt. Das ganze Ding ist werbefinanziert. Wenn wir da irgendwo drauf gucken. Wir klicken, kriegen wir halt Werbung an. So Now You Can Unlock YouTube, Facebook etc. Also wenn zum Beispiel auch Videos in Deutschland gesperrt sind wegen GEMA oder weiß ich was. Das kann man auch mit so einem Tunnel das umgehen. Dafür ist es eigentlich konzipiert. Aber wir lassen das jetzt mal im Hintergrund laufen. Das heißt, wir minimieren die App jetzt erstmal. Ne, kurz nicht. Es gäbe es aus einem Emulator. Genau, so. Und jetzt müssen wir uns einen neuen Google Play Account oder einen neuen Google Account erstellen. Dazu auf die Einstellungen. Unter Content. Wo haben wir es? Habt ihr bei euch dann auch irgendwo in den Einstellungen gibt es den Reiter Content. Hier könnt ihr dann ein Konto hinzufügen. Ein Google Konto. Da wird bei euch vielleicht noch viel mehr stehen. Facebook und weiß ich was. Was ihr halt für Apps installiert habt. Wo man Konten einrichten kann. Wir wollen gerade ein Konto. Ein neuen Google Konto haben. So und jetzt kommen wir in die Routine. Wo wir ein neues. Wo wir A einen bestehenden Google Account hinzufügen können. oder B einen neuen erstellen können. Hier gibt es dann Konto erstellen. Das ganze spare ich euch jetzt. Ich hoffe ihr wisst wie das geht. Dann wird gleich abgefragt. Vorname, Nachname. Könnt ihr irgendwas reinschreiben? In den AGB steht mal ja nicht drin, dass man das Richtige da reinschreiben muss. Wichtig ist halt nur die Telefonnummer die ihr angeben müsst. Das muss eure echte Telefonnummer sein. Weil ihr dann auf diese Telefonnummer einen Code geschickt bekommt. Einen Aktivierungscode. Den müsst ihr dann eintragen. Und wenn ihr das ganze dann gemacht habt. Ich habe das bei mir schon vorbereitet. Ich habe mir schon mehrere Konten erstellt. Jetzt muss ich doch nochmal da rein. Also nachdem dann alles eingerichtet ist mit dem neuen Account. Müsst ihr dann Google Konto. Wo sind wir jetzt? Ne jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Kann das sein dass ich einmal zu viel geklickt habe. Genau da Konten. Konto hinzufügen. Ich habe ja schon ein Konto. Google Konto habe ich schon eins. Das dann da auch quasi aktivieren. Dass das dann auch wäre. Dadurch, dass jetzt der Tunnel im Hintergrund läuft. Ist das ganze dann auch extrem langsam. Da dann. Ich hatte mir jetzt eine. Eine. Frost. Born. Schimmi. At gmail.com erstellt. Jetzt kommt ja. Refrost. Oder was. Ach ich auch. Na dieses Konto ist bereits auf ihrem aktiv. Ja das habe ich ja schon eingerichtet. Also hier müsstet ihr dann. Falls es noch nicht aktiv ist. Genau. Das reinhacken. Passwort eingeben. Was ihr vorher eingerichtet habt. Dann eventuell nochmal einen Code. der über. Google geschickt wird. Über. Auf euer Handy. Dann da auch nochmal aktivieren. Ich habe den bei mir ja schon. Hier gerade. Hinzugefügt. Jetzt habe ich gerade das Problem. Ich komme hier nicht raus. Okay. Da. So. Wichtig ist dabei. Den Turbo VPN noch immer weiter im Hintergrund laufen lassen. Jetzt muss ich nämlich gerade mir im Play Store. Schauen wir mal welchem Account ich denn hier drin bin. Weil wenn ich jetzt den Account wechsle. Genau. Test Chemie gibt es auch noch einen. Nein. Ich will den Frostborn Chemie haben. Weil das ist der der in Kanada erzeugt wurde. Und wenn ich jetzt nach Frostborn suche. Sollte eigentlich Frostborn auch zum Download bereit stehen. Da können wir es jetzt runterladen. Installieren. Und wenn das jetzt installiert ist. Kann man den Tunnel. Den VPN Tunnel. Das VPN Programm schließen. Und beenden muss es im Prinzip nie wieder öffnen. Wenn jetzt dann demnächst in Zukunft ein Update für Frostborn kommen sollte. Und ihr seid mit dem kanadischen Account im Google Play angemeldet. Könnt ihr auch das Update herunterladen. Wenn das ja eingerichtet ist. In eurem Google Play. Dann könnt ihr ja hier oben jederzeit zwischen den eingerichteten Accounts hin und her springen. Der Chemie Zockt ist ja mein Hauptaccount. Dann hatte ich mir noch eine Test Chemie angelegt. Und jetzt gerade das ist Frostborn Chemie. Der Frostborn Chemie wie gesagt. Der sitzt quasi in Kanada. Und kann entsprechend dann auch auf den kanadischen Google Play Store zugreifen. Mal schauen. Wird installiert. Jetzt weiß ich allerdings nicht wie sich das ganze verhält. Ich habe Frostborn bisher ja noch nicht gespielt. Wie sich das ganze verhält. Wenn ihr Frostborn schon auf einem anderen Google Play Account gespielt habt. Normalerweise sollte jetzt auch die Abfrage kommen mit welchem Account ihr Frostborn starten wollt. Wenn nicht muss man das auch nochmal in den Google Play Einstellungen ändern. Schauen wir mal was hier passiert. Da genau das meinte ich Verbindung mit hergestellt. Und da sollte jetzt eigentlich die Auswahlliste kommen. Mit welchem Google Play Account er sich verbinden soll. Genau. Ob ich das jetzt auch. Es müsste eigentlich noch funktionieren wenn ich das mit dem Hauptaccount mache. Wie gesagt. Ich habe bisher noch nie gespielt. Noch nie eingerichtet. Ich habe immer nur bis zum Charaktererstellungsbildschirm gemacht. So und ab der Stelle kann man jetzt eigentlich schon hingehen. Mache ich jetzt auch mal. Und kann das Turbo VPN oder das andere. Je nachdem welches VPN Programm ihr installiert. Auch schon wieder schließen. Weil ansonsten ist es immer relativ langsam. Weil natürlich aus Kanada die Daten ein bisschen. Und auch weil das ein kostenfreies Programm ist. Ein bisschen zeitverzögert. Ein bisschen langsamer kommen. So und jetzt kann ich hier Frostborn spielen. Und wenn das nächste Update kommt. Kann ich dann auch auf den Update Knopf drücken. Und werde dann in den Play Store geleitet. Und wenn das dann da nicht verfügbar ist. Einfach das Profil wechseln. Auf euren kanadischen Google Play Account. Und dann könnt ihr wunderbar jederzeit. Updates für Frostborn installieren. Und das Spiel weiterspielen. Ohne warten zu müssen. Bis auf Apeca Pure. Oder sonst wo. Ein Update dafür vorhanden ist. Dann hoffe ich euch. Mit dem kleinen Video weitergeholfen zu haben. Wer noch gar nicht installiert hat. Weil er nicht wusste wie es geht. Kann ich jetzt auch mal so versuchen. Wer es schon installiert hat. Und immer warten muss. Bis die Updates auf den Internetseiten verfügbar sind. Kann das ganze jetzt ganz normal. Beim Play Store machen. Ich bedanke mich. Dass ihr reingeschaltet habt. Dass ihr zugeschaut habt. Wünsche euch noch einen schönen guten Abend. Eine gute Nacht. Schönen guten Morgen. Mahlzeit. Oder guten Tag. Je nachdem wann ihr das Video schaut. Schaut auch mal bei mir auf Facebook vorbei. Facebook.com slash Jimmy Zockt. Oder im Discord. Link packe ich gleich unten unter das Video drunter. Und verbleibe dann erstmal mit schönen Grüßen. Bis dahin. Bye Bye. Macht's gut.